Dies ist eine Geschichte von gestern und morgen, von Tradition und Fortschritt. In welche Richtung wollen wir schauen? Es war einmal oder was wird einmal sein? Was ist das Besondere an unserer Geschichte? Auf jeden Fall das, was wir tun. Das, was wir Tag für Tag schaffen. Erschaffen. Von hier aus für die ganze Welt. Mit Genauigkeit, mit Liebe für das Detail, für Form und Farbe. Mit unseren Augen und unseren Händen. Design, das jeder sieht. Technik, die jeder fühlt. An unglaublich vielen Orten und Plätzen. Und immer wieder anders. So wie jeder von uns anders ist. Eine eigene Vergangenheit und eine eigene Herkunft hat. Und doch für eine gemeinsame Zukunft lebt. Das verbindet uns. Mit denen, die unsere Ideen gestalten. Und denen, die unsere Gestaltung erleben. Die uns vertrauen. Bei dem, was wir tun und wofür wir stehen. Heute und in Zukunft. Wir kennen unsere Ursprünge. Und denken dennoch heute an das Morgen. An die, die nachkommen. Das ist unsere Geschichte. Sie läuft in beide Richtungen. Weil Zukunft Herkunft braucht. Fortschritt als Tradition. Jung.